Ja moin Leute, was geht? Hier wurde bei Dali Gaming und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einer Runde Minecraft Battle Mode mit der Hellseer Challenge. Und in dieser Kiste ist ein Schwert. Ah, es wäre ein Schwert drin, aber der Kollege hat es geklaut. Zu dieser Challenge hat mich der liebe Gaming Guides inspiriert, beziehungsweise ich habe ja das Best of für ihn geschnitten. Und ich habe einfach mega Bock gehabt, diese Challenges selbst nachzumachen. Und weil ich jetzt kein Handtuch habe, habe ich also nicht die Augenklappe Challenge gemacht. Nur deswegen nicht. Und meine Katze maut hier vor der Tür. Geil. Ach, ich darf gar nicht öffnen. Oh. Ich darf gar nicht die Kiste öffnen. Opsi, opsi, opsi. Ähm, ja gut. Also, wir sagen mal, ich darf das hier nicht nehmen. Ähm, ähm, ähm. Okay. Niederkiste ist eine, äh, ist eine Bogen. Haha. Das heißt, ich darf die ganze Kiste nehmen. Mit L1 könnt ihr übrigens die ganze Kiste auf einmal leeren. Ich habe schon mal einen Bogen, das ist schon Premium. Ja, ich kann gut mit dem Bogen umgehen. Nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier abgeht. Übrigens, Leute, seht ihr meine Frisur? Ja, die ist total zerstört, ich weiß. Ich war ja beim Friseur für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Und die Frisur, die dieser Friseur mir gemacht hat, und diese Friseurin, die mir die Haare gefärbt hat, war richtig geil, ja. Und jetzt gehe ich einmal duschen. Einmal duschen in meinen ganzen... Oh, hier ist eine Kiste, Leute. Ähm, Schwert? Holzschwert? Boom. Ähm, ja. Auf jeden Fall haben die mir meine Haare gemacht, und dann gehe ich einmal duschen. Schon sind die Haare wieder komplett scheiße, weil ich sie nicht genauso hinkriege wie der Friseur. Geil, oder? Ohne Witz. So, jetzt haben wir hier eine Kiste. Ich sage, da ist ein Schwert drin. Da war kein Schwert drin, und ich nehme einfach alles raus. Alles klar, wie dumm bin ich? Okay, also ich habe jetzt 20 Pfeile. Ich wusste nicht, wie viele ich da vorhatte. Tut mir leid jetzt. Ich bin halt so, dass ich einfach alle Sachen sofort loote und so. Oh, hier haben wir eine Kiste. Äh, Bogen. Ja, das war die Kiste von vorhin, ich wusste es. Bestimmt dachten sich jetzt manche so, aah, alles klar. Äh. Übrigens, ich mache keine eigene Lobby auf, weil sonst werde ich getargetet, und dann ist es für mich noch schwieriger, hier irgendwas zu reißen. Ich fach Hunger. Ja, warum denn nicht, ne? Ist ja schon nicht schwer genug hier, die Challenge. Ja. Ey, ich lebe noch mit einher... Einhalben. Könnt ihr jetzt mal bitte die Runde beenden, ohne Witz? Wie lange braucht ihr? Ja, komm, komm, sucht den Gegner. Putt, putt. Auf der anderen Seite, ihr wollt mich verarschen. Mein Vitaminsaft ist leer. Mh, lecker. Ja, ist ja nicht so, dass ich in 5 Minuten meinen Termin habe, zur nächsten Aufnahme. Nein. Er hat eine Diamantspitzacke. Was hast du denn hier, mein Freund? Mein Pione BLK. Oh, okay. Oh, er wird abgeschossen mit dem Bogen. Also, ich bin für ihn hier, ähm, BNK 94190. Warum er so heißt, ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall sehr gut mit dem Bogen. Premium Spieler. Die haben beide komplette... Nice, Digga. Jetzt gibt's dir den Feigz. Jetzt hier der Feigz. Nein, immer noch nicht. Komm schon, greif hier an. Ich muss jetzt aufnehmen gleich, Mann. Gib Gas. Ich muss das Video in zwei Teile schneiden, Alter. Und, und, jetzt kommt der Feigz hier. Er, 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 er kann nichts anderes außer Boospam. Ohne Witz. Jetzt kommt er von hinten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein, oh, oh, oh mein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Er schafft es noch. Ach, du Heilige. Mit seinen Legs. Junge, Junge, Junge. Was ein Hacker. Naja, wir sehen uns dann gleich wieder. Erstmal bis jetzt. So Freunde, da sind wir auch schon wieder mit der Challenge. Ja, bei euch kommt das alles hintereinander bei mir nicht. Oh, oh, jetzt hab ich schon wieder Sachen rausgenommen, ohne zu sagen. In dieser Kiste ist ein Schwert drinne. Hä? Verdammt, kein Schwert. Ich hab die Challenge schon verkackt eigentlich. So, wo ist denn sein netter Kollege? Denn einer lebt noch. Hallo. Grad hab ich auf jeden Fall aufgenommen mit einem nice typen für meinen Zweitkanal. Sorry. Ich lebe noch. Oh, jetzt bin ich tot. Und es geht wieder auf die Lava-Map zu. Und in meiner Kiste habe ich eine Holz-Axt. Axt. Verdammt. Ich darf das gar nicht rausnehmen. Ich hab Fehler gemacht. Ich darf das nicht. Holz-Axt. Verdammt. Mann, Alter, die Challenge ist böse. Auf jeden Fall, hier habe ich eine Holz-Axt. Verdammt. Ey, Leute, ich krieg hier keine Kisten. Was ist denn das? Ja, ähm. 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 Holz-Axt. Verdammt. Ich darf nix aufnehmen, Mann. Was ist das denn? Holz-Axt. Nee. Ich krieg einfach nicht. Holz-Axt ist immer so oft bei mir. Deswegen sag ich immer Holz-Axt. Da ist noch eine Kiste. Doch nicht. Ähm. Ja, gut. Bei drei Leuten kenne ich die Map nicht. Weil dann ist ja auch die Map komplett anders. Nicht springen in die Lava. Ja, das war natürlich geplant. Wissen wir ja alle. Ähm. Holzschwert. Oh mein Gott! So spät abends Battle-Mode aufzunehmen. Drei Leute spielen Battle-Mode. Kit, wir müssen zusammenarbeiten. Die beiden, die sind, die sind gegen uns. Die sind Teams. Guck sie doch mal an. Wir müssen sie vernichten. Ey, Kit! Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Kit! Kit, wir müssen zusammenarbeiten. Kit, guck ihn dir doch mal an. Der ist böse. Ach! Was? Die Map hat mir ja noch gar nicht. In meiner ersten Kiste ist eine Holz-Axt. Holz-Axt, Holz-Axt, Holz-Axt. Verdammt! Mann, das kann doch nicht wahr sein, dass ich die ganze Zeit nicht weiß, was ich bin. Mann! Komm, Holz-Axt. Ey, ohne Witz. Ich sag gleich auch wieder was anderes. Ohne Witz, ey. Ohne Witz. Schwert. Mann, Spitzhacke. Ey, was ist denn das? Ey, nee, 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 nee. Nee, äh, wir Team. Okay, wir Team, wir Team. Alles gut, alles gut. Ich bin auf deiner Seite. Ich tue dir nix. Wir sind Freunde. Wir sind Best Friends. Schwert. Ja! Oh mein Gott! Na, du willst mich doch wohl verarschen, oder? Ja! 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 Da ist meine Holz-Axt drin. Verdammt! Das kann doch nicht. Ohne Witz, Leute. Und in dieser Kiste ist jetzt ein Schwert drin. Oh mein Gott, Leute. Es ist ein Schwert gewesen. Und jetzt, Leute. Wir werden diese Runde gewinnen. Erstmal hier mein richtig geiler Battlemode-Trick auf der Map. Stell mich hier hin. Und bin AFK. Ohne Witz, Leute. Das hat schon mal funktioniert. Und die haben mich die ganze Zeit gesucht, dann ging die Kiste da, also da waren neue Sachen drin und dann bin ich auf ihn draufgegangen, als er da draufgegangen ist und ja, dann hab ich den erledigt, guck ich das an, er sucht mich, er denkt sich bestimmt so, ah, was ist denn die Gäldner, ich fand da keinen. Jetzt wartet er, bis die Kiste geöffnet ist, oh, da ist was Neues drin, ähm, ähm, Schadensdrank, äh, verdammt, hätte ich Giftdrank gesagt, hätte ich, äh, wahrscheinlich was bekommen. Okay, jetzt wieder hier hoch, oh, scheiße, er hat mich entdeckt. Ah, Junge, du hast keine Chance, oh, nice, nice, Dicker, danke für deine Sachen, ohne Witz, danke, ich danke dir von Herzen, äh, ähm, Steinschwert, dann halt nicht, Pech, brauche ich nicht, oh, ich brauche was zu essen, ich habe nur einen Apfel, ein Apple, damit werde ich nicht überleben, oh, Fleisch, oh, nice. Dicker, diese Runde kann ich wirklich noch für mich entscheiden, ich gehe lieber wieder an meinen Platz hier, das weiß ja kein anderer außer er, ähm, oh, mein Gott. Bam, bam, Dicker, ich vernichte dich so dermaßen, dass du gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, Dicker, und... Oh, mein Gott, ich habe die Runde gewonnen, die Hellseher Challenge, habe ich erfolgreich bestanden. Oh, mein Gott, Leute, das war es mit der Runde, das war es mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben und haut rein, tschuuu. Like dieses Video in den nächsten 10 Sekunden, oder die beiden stellen etwas nicht jugendfreies mit dir an. Also, ich habe es mit dem Video in den nächsten 10 Sekunden. Ich habe es mit dem Video in der 7 Sekunden. Ich habe es mit dem Video in den ganzen 30 Sekunden, 11, 12, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Vielen Dank.